Das lief ja recht gut bisher, Lurz, du auch. Ich bin zufrieden damit. Dann steilt euch mal hier rein, falls da jemand kommen sollte. Und wir bauen unser Lager. Natürlich, das war so klar. Na komm schon. So. Rohan. Mordor haben wir noch. 20, das heißt, wir haben 4. Hätte ich auch kurz zählen können. Dann hier noch einer. Und dann meinetwegen hier noch Schlachthäuser. Na. Hier, das ist auf der sicheren Seite. Dann kamen hier zwei Ohrgruben hin. Dann bauen wir noch geschwind die Türme hin. Und dann... Wir hatten wieder fleißig Truppen produziert. Rang 3, Rang 3. Ja, kann man die kurz hochbringen. Und da kommt schon mal der Gegner. Lurz. Du darfst auch direkt an die Front gehen. Und hier geht alles schön in die Blockformation. Ach, der ist jetzt ja im Nahkampf. Ja, habe ich vergessen. Ich dachte, der Sniper die einfach kurz ab. Ich steile euch mal da hin. Aha, die haben da einen Vorbossen. Den werden wir dann natürlich direkt übernehmen. Ja, hier noch schöne Ohrrucks. Da kann man eigentlich auch die Sammelpunkte in die Mitte legen. Ist doch ungefähr. Ja, gut. Machen wir die beiden da auch noch hin. Dann passt das. Was ist da eigentlich? Kann man das kaputt hauen? Ork zählt. Ist ja gut. Meine Güte. Da schreckt man sich ja schon fast. Ich frage mich, ob wir gerade warten sollen. Bis Lurz das Orkzelt weggehauen hat. Nein, bis wir Saruman bauen können. Aber so eine gute Rohstoffproduktion haben wir ja auch nicht. Beziehungsweise noch niszt. Ja, du. Das Orkzelt. Kreist du das an? Äh. Hm. Mach du mal. Ja, Leute. Jetzt helft denen doch mal. Meine Güte. Diese KI. Also manchmal. Star Wars. Ruhe jetzt. Ruhe. Reißt alles nieder. Ich mein. Haltet eure Waffen bereit. Vielleicht sind nachher dann ja irgendwie ein paar Schätze drin oder so. Die kann man nicht kaputt hauen. Wer weiß. Die kann man sicher gut gebrauchen. Jetzt bauen wir erstmal Saruman aus. Oh, und dann kann man gleich Industrie einsetzen. Ja, siehste. Das geht doch jetzt schon ein bisschen schneller. Guck, von, mit der Ansicht so. Von so weit oben ist es auch irgendwie viel besser. Aber einen viel besseren Überblick. Ja. So viel dazu. Na gut, dann warten wir noch kurz, bis Saruman fertig ist. Kann man das Tor hier eigentlich schließen? Mordor, schwarzes Tor. Hm, ich fliege hier wild rum, aber... Nee, anscheinend nicht. Saruman. Saruman wird siegen. Warum? Warum stellen sie sich nicht einfach hier auf? Unsere Zeit ist gekommen. Meine Güte. Ja, komm, greif an. Und hier... Geht mal in die Gefechtsformation. Dass ihr die Bogenschützen nicht so vorlaufen lasst. Saruman kriegt hier Kriegsgesang. Lasst keinen am Leben! Unsere Zeit ist gekommen. Keine Gegner. Für Schlangenzunge oder so. Was macht der denn schon wieder? Ihr gehorcht jetzt mir. Verschont niemanden. Dann erobern wir gleich den Vorborsten. Warum laufen die so bescheuert rum? Hier ist ja auch ein Vorborsten. Da gehen wir gleich auch hin. Die Siedentelle ist weg. Das ist gut. Ja, da oben kann man nichts machen im Moment. Sehr schön. Und hier runter. Und ihr bleibt mal geschwind da. Und jetzt lauft ihr auch mit. Oh. Mach mal auf den Hobbit. Ach, der ist schon tot. So. Dann hier. Der Sieg ist nah. Mhm. Ziehen wir mal gleich ein paar mit runter. Also wir wollen sie natürlich nicht runterziehen, aber ich meine da runter schicken. Ja, 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 ja. Leute, ganz ruhig. Kannst du da mal geschwind auf Eowyn. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ist ja alles in Ordnung. Sammelt euch einmal, bitte. Ja, ja. Die hauen wir auch noch weg. So, ein Schlachthaus, eine Festung und natürlich eine Urogrube. Ja, kann man auch gleich hier ins Lager einfallen. Du darfst in den Nahkampf. Sie werden fallen. Wir werden hier angegriffen. Könnt ihr euch mal darum kümmern, bitte? Ja, 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 ja. Keine Sorge, Leute. Wir kriegen das schon geschaukelt. Hier, Blutbad. Mach mal da einmal geschwind dein Wort der Dingsen. Du musst dich nur gedulden. Wir machen das schon. Überlasse einfach alles der Familie. Vodka, Vodka. Bäh. Komm zu mir, meine Diener. Niemand wieder sein. Feuerball rein. Ein Sturm rein. Ach ja, Saruman geht ab. Ei, 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 ei. Mordor macht das natürlich auch ein bisschen, paar Probleme da. Ja, cool. Wir haben da jetzt schon so viele in den Warteschleifen. Kann man das erstmal lassen. Blutbad. Du kannst auch keinen neuen Skill einsetzen. Oder eben keinen Skill zum wiederholten Male einsetzen. Kommt ja im Endeffekt auch das gleiche drauf raus. Das ist aber nicht so gut da. Ja, geht mal da hin. Was ich meine? So langsam könnte das Lager hier ja mal weg sein, oder? Ach, guck mal. Mach mal da rein. Ja, gut. Lauf halt erstmal komplett außen rum. Ja, wir kümmern uns auch schon drum. Keine Sorge. Oh. Das ist aber nicht so gut grad. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Das ist aber nicht so gut. Nein. Das machen wir hier drauf. Ja, die kümmern uns jetzt schon drum. Ja, das Gehörter nehmt er auch mit. Schlangenzunge. Ja, ne, die sind gleich weg. Ach. Ach, Gollum ist schon weg. Super. Balrog. Das bauen die dann natürlich die ganze Zeit Dinge aus. Bauern. Ja. Wir feiern eine heitere Zombie-Parade. Ne, Party. Mach mal da deinen Feuerspucken rein. Mut auch nicht, weil du zu blöd dafür bist. Fliegen wir dich halt doch da in die Mitte rein. So. Äh, was war das? Rohan ist weg. Sehr schön. Ja, Balrog. Bleib da. Ah, dran. Du machst das schon richtig. Ah, die Türme sind natürlich ein bisschen blöd. Weil die mit dem Feuerspucken nicht so gut erreichbar sind. Angreifen. Ja, gut, machen wir Feuerspucken. Du Idiot, du sollst noch Feuerspucken reinmachen. Du bist doch ein Scheißvieh, Alter. Mach doch einfach das, was man dir sagt. Ah, wir sollten vielleicht wenigstens noch das Lager da übernehmen. Das ist nur das Auge sauernd, oder? Ah, Gollum. Na, meinetwegen. Ach, die haben den verfolgt. Was sind denn das für welche? Ruhe! Ne? Hm. Ich will... Alter, ich will da mein Lager hinbauen. Ach, ist doch... Meine Güte, haut die jetzt weg. Wo ist der? Da oben. Ah, nee, machen wir lieber deinen Feuer bei da rein. Eine Güte, jetzt brüllt doch nicht alle durcheinander. Ich hätte gerne Schlangenzunge da rein gemacht. Aber dieses Gefecht geht wenigstens einigermaßen schnell. Halbe Stunde oder so wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Ach, keine Ahnung, was da los ist schon wieder. Ja, so viele Armbrustschützen. Die sind, wenn es gegen Gebäude geht, natürlich nicht sehr stark beziehungsweise nützlich. Blutbarz. Aber wir kriegen die mal hier in Kriegsgesang. Ah, aber gleich haben wir es ja geschafft. Wie sieht es denn da mit dem Schaden aus? 150? 120? Sehr schön. Ja, jetzt kommen hier Uruks an. Jetzt, wenn man sie nicht mehr so braucht. Und alle dahin. Ich würde sagen, so muss ein Gefecht laufen. Sehr schön. Mitlehrde wird unser sein. Alles klar. Dann kommt jetzt die Volt, dann Zentrali Thilien als nächstes. Ei, 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 Volt. Wieder Festungen. Auch Festungen. Alter, schwarze Zeug, wir mehr als richtig Karten. Was kommt denn da noch so an Karten? Das ist ja alles sehr interessant. Ah, ja, gut. Verwüstetes Gebiet nördlich von Amonhen. Für vier Spieler Festungen 14 Ansiedlungen, okay. Orks und Waage. Alles klar. Das wird sicher etwas länger dauern als gerade eben. So, dann fangen wir mal an. Hier ein Schmelzofen, hier ein Schmelzofen und hier auf der Runter. Schmelzofen ist fertig, Schmelzofen ist fertig. Das Segelweck ist noch nicht fertig, aber fast. Okay. Boah, Vorposten könnten wir uns eigentlich auch schon mal holen. Die Orkzelte lassen wir mal lieber in Ruhe, genauso wie diesen Vorposten. Den Vorposten könnten wir uns eventuell holen oder wir konzentrieren uns erstmal auf dieses Segelwerk. 350. Sei so teuer. Aufwachen! Aufwachen! Ach so, 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 gespiegelt, okay. Wo ist die Festung? Da. Alles klar. Ah, komm mal, da ist auch noch ein... Ach, du Heilige! Lass die mal in Ruhe. Ja, okay, dann macht es der Arbeiter, dann stelle ich einfach mal dahin. bald, sind sie das? Ist das der Feind? Aha, kleiner Hobbit. Naja, solange der uns nicht... So lange der uns nicht angreift. Die Waage sind gefährlich. Ja, dann lauf halt nicht hin. In dieser Grube zöchten wir Urus. Eieieiei, das kann doch lustig werden. Ich bin wie immer gespannt, wie das wird. Die kümmern sich wahrscheinlich auch gerade um die Waage da unten. Ach, das ist Gollum, natürlich. Falls er versuchen sollte, uns anzugreifen, dann kriegt er aber ein paar aufs Maul. Hm. Traut sich wohl nicht. Und... Ihr lauft nach oben, bitte. Oder lassen wir die erstmal... Die Waage an... Ach, Orks sind auch noch da. Lassen wir die erstmal angreifen. Und versuchen da einfach ein bisschen abzustauben. Und... Oh, shit.